Seid gegrüßt zusammen und willkommen zur Auflösung des Gewinnspiels der 50.000 Telegram-Abonnenten, welches vor einigen Tagen gestartet war. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle für diese sehr starke Teilnahme, diese rege Teilnahme. Wir haben über 450 Kommentare bekommen, sehr, sehr liebe Kommentare, sehr, sehr schön, das Ganze zu lesen. Und vorab möchte ich genau aus diesem Grund mal ein paar Kommentare erläutern, beziehungsweise auf ein paar Kommentare eingehen, diese erstmal vorlesen und dann darauf mal ein paar Worte zu sagen. Der erste Kommentar ist von Sandra. Sandra sagt, danke für euren Kanal, er ist zu unserem Wetterbericht geworden. Das lesen wir natürlich sehr, sehr gerne, obwohl wir keine Meteorologen sind und an dieser Stelle wirklich nochmal betonen wollen, dass das nur unsere Ansicht der Dinge ist. Also die Geschichten da draußen, die haben halt nicht wirklich Sinn ergeben. Das ist unserer Ansicht nach so ein bisschen, ja wie sagt man dazu, Hinhaltetaktik. Das große Problem ist, dass einfach Informationen nicht erwähnt werden. Es wird auf Informationen rumgeritten, die nicht weiter wichtig sind. Das, was da draußen gespielt wird, ist unserer Ansicht nach zu vergleichen mit einem Puzzle. Bei diesem Puzzle fehlen leider einige Teile, die relevant wären, um das Puzzle vervollständigen zu können. Und jetzt geht es eben darum, dass wenn man das erstmal begriffen hat, dass man diese Puzzleteile einfach findet und dann eben selber prüft und schaut und testet, ob sie für einen selbst Sinn ergeben und ob sie auch wirklich das Puzzle vervollständigen. Und alle Puzzleteile, die irgendwie faul sind, die sich eingeschlichen haben, die einem aufgezwungen werden, aufgedrückt werden oder was auch immer, diese auszusortieren und dann wirklich die Puzzleteile, die das Puzzle voranbringen, zu behalten und wertzuschätzen. Und das ist im Prinzip das, was wir gemacht haben. Und deswegen, also wir ersetzen jetzt keinen Wetterbericht. Ich selber schaue hin und wieder auch Wetterbericht, das ist ganz klar, weil die auch sehr gute Modelle haben, mit denen sich Informationen halt analysieren lassen und sehr genaue Karten haben, Infrarotradar und so weiter und so fort. Das sind ja schon sehr schöne Informationen, die da so sind. Allerdings ist es eben da unserer Ansicht nach, wie auch sonst wo in allen anderen Bereichen dieser Welt, dass eben Informationen fehlen oder bewusst weggelassen werden. Dann der nächste Kommentar ist von Acoustic Synth. Mein Großvater hat immer über diese Streifen am Himmel geschimpft. Gerne würde ich ihm die Videos zeigen, aber das ist nicht mehr möglich. Ja, vielen Dank für diesen Kommentar. Es ist sehr spannend. Dann hat dein Großvater, war dein Großvater definitiv sehr, sehr aufmerksam zu seiner Zeit schon, denn heutzutage ist es ja schon fast einfach, um es nicht zu sagen, diese Sachen zu erkennen, denn sie werden halt immer offensichtlicher. Das, was hier läuft, es hängt mit dem globalen Bewusstsein zusammen, mit Schwingungserhöhungen und damals würde ich behaupten, war es dann doch noch ein bisschen schwieriger, beziehungsweise man muss schon aufmerksam durchs Leben gegangen sein, um dann zu sehen, dass da Dinge nicht mit rechten Dingen zu Vorsicht gehen, weil diese Kondensstreifen-Geschichte, Chemtrail-Kondensstreifen-Geschichte, die ist ja schon sehr, sehr alt. Es gibt ja Aufnahmen von alten Bombern aus dem Zweiten Weltkrieg, die damals schon diese Bilder gezeigt haben, wo diese Streifen abreißen und wieder angehen und teilweise daneben Flugzeug ist, was gar keine Streifen hat. Also ja, wieder ein und das ist ja unserer Ansicht nach einfach eine Agenda, die schon sehr, sehr lange läuft, weil das Wetter eben zu kontrollieren und zu manipulieren eine sehr, sehr mächtige Angelegenheit ist. Der nächste Kommentar ist von Ralf. Ralf schreibt, ihr macht echt einen klasse Job, weiter so. Die Community muss wachsen und es wäre schön, wenn viele etwas dazu beitragen, unsere Gesundheit zu schützen. Und darum geht es im Endeffekt auch, dass dieses Wissen in erster Linie rausgeht, diese Informationen. Also wir haben hier nicht die Absicht, irgendwie aufzuklären oder sowas, sondern es geht nur darum, dass wir Informationen haben, die vielleicht für andere interessant sind. Das heißt, auch ihr habt Informationen, die für uns interessant sind. Das heißt, es ist ein ständiger Informationsaustausch. Wir sind nun mal im Informationszeitalter und darum geht es. Und das Einzige, was wir hier machen, sind Informationen zu teilen, die eben auffällig sind, die unserer Ansicht nach Sinn ergeben und die sonst nirgends auftauchen, selbst in den Alternativen nicht. Bei den Alternativen gibt es ja leider auch sogenannte Gatekeeper, die dich dann auffangen und dann in eine bestimmte Richtung lenken sollen, sodass man da dann quasi in so einer Art Loop feststeckt und da nicht rauskommt, in so einer Endlosschleife, die dich quasi bespaßen den ganzen Tag lang und interessante Dinge teilen, aber sie im Endeffekt für das Vorangehen der Welt nicht wichtig sind. Das heißt, sie halten dich fest in so einer, in Anführungszeichen, aufgewachten Blase, aus der du aber nicht rauskommst, weil es bewusst eingerichtet ist dafür, wie so eine Art Auffangbecken. Dann ein weiterer Kommentar ist von Annett. Danke für die unermüdliche Aufklärung. Ich bin seit Februar dabei und über alle Maße fasziniert. Leider halt oft negativ. Diese Sache mit dem negativ und positiv ist, das ist so ein Ding, weil Informationen sind in erster Linie Informationen. Also wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, wenn ich dir Geld wegnehme, beispielsweise beklaue, angenommen, ich beklaue dich, dann ist es für dich negativ und für mich positiv. Also gut und böse. In keinem Fall ist es richtig, beziehungsweise vielleicht ist es sogar in einigen Fällen richtig. Angenommen, ich helfe mit diesem Geld, was ich dir entwendet habe, aus Gründen von Zeitdruck, gehe ich hin und helfe irgendeinem sterbenden Menschen gerade, in irgendeiner Weise. Diese Information hast du nur nicht. Deswegen ist es für dich natürlich doof, dass ich dein Geld weggenommen habe. Aber aus Zeitgründen konnte ich dir das nicht erklären. Und am Endeffekt ist es für dich okay, dass ich dir das Geld weggenommen habe, weil du auch hättest dasselbe getan. Das heißt, dieses positiv, negativ, gut und böse ist schwierig. Man sollte versuchen, neutral zu bleiben. Man sollte natürlich schon seine Meinung haben und seine Überzeugung und auch danach handeln. Das ist wichtig. Entscheidungen treffen. Allerdings sich eben nicht zu sehr reinziehen lassen in diese Polarisierung. Dieses gut und schlecht und böse und so weiter. Positiv und negativ, weil es eben sehr relativ ist. In erster Linie diese Informationen aufnehmen. Diese Informationen, die für den einen erstmal negativ sind, so diese bösen Informationen, sind für den anderen, der es vielleicht schon seit zehn Jahren weiß, überhaupt nicht mehr negativ. Der hat vielleicht schon eine Lösung und von daher ist er auch sogar vielleicht dankbar. Es gibt auch Menschen, die sind an Krebs erkrankt und sind dadurch dann Veganer geworden, nun mal als Beispiel, und dann wieder gesund geworden und die finden es gut, dass sie Krebs gekriegt haben, weil sie dadurch ihr Leben verändern konnten. Also positiv und negativ ist immer schwierig. Muss man mal aufpassen mit. Energy, Business, vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Die Videos lösen bei Schafen doch immer ein Grübeln aus und das ist gut so. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also darum geht es im Endeffekt auch. Wie gesagt, die Informationen sind da. Es sind Fakten. Die meisten Informationen sind Fakten und einige Sachen sind natürlich auch nur unsere Meinung. Und da braucht man dann halt seinen eigenen logischen Menschenverstand, um das Ganze zu vervollständigen. Aber diese Informationen, die zurückgehalten werden von der Welt, um jetzt keine genaueren Namen zu nennen, diese sind eben, das sind genau die kritischen Informationen. Und wenn man die eben hat, dann ist es auch mit dem Aufwachen nicht mehr weit. Und deswegen wird auch so viel Zensur betrieben. Ein ähnlicher Kommentar kommt von André. Obwohl ich eigentlich eher solchen Themen gegenüber skeptisch bin, habt ihr mich dennoch zum Großteil überzeugt. Das ist sehr, sehr schön, sowas zu lesen, denn er sagt auch ganz klar überzeugt und nicht überredet oder sonst was, sondern überzeugt. Das heißt, es ist wirklich so, dass diese Informationen dann an dem gewissen Punkt Sinn ergeben und dann einfach der Schalter umgelegt wurde. Und das ist sehr, sehr schön zu lesen. Dann noch ein weiterer Kommentar von der Katrin. Danke von Herzen. Wir schaffen es, die neue Welt auf die Welt zu bringen. Gemeinsam. Jupp, nichts hinzuzufügen. Genau darum geht es. Gemeinsam in die Eigenverantwortung, nicht mehr die Verantwortung abzugeben, nicht die Verantwortung an irgendeine Industrie abzugeben. Also die Finanzen nicht an die Bänke abzugeben, die Gesundheit nicht an die Pharma abzugeben, die, wie sagt man jetzt, Informationsbeschaffung nicht an die Medien auszulagern, sondern selber hinzugehen und die Informationen zu beschaffen. Sich nicht mehr berieseln lassen. Einfach wieder die Verantwortung zu übernehmen für die unterschiedlichsten Bereiche seines Lebens. Weil diese Verantwortung wurde leider in der Vergangenheit ziemlich oft ausgenutzt. Und das ist das, wo wir jetzt gerade drin hocken. Das Vertrauen wurde quasi gekauft. Ergattert mit psychologischen Spielchen, wie zum Beispiel Anzüge. Anzug, Schlips und Kragen. Und schon hast du irgendwie, wirkst du seriös und hast ein Vertrauen. Und meistens ist es dann das ganze Gegenteil. Das heißt, das Vertrauen wird in vielen Bereichen einfach erkauft, ergattert durch Titel. Irgendwelche Professorentitel, Doktortitel. Und schon glaubt man der Person mehr als jemanden, der keinen Titel hat. Also schwierig. Sollte man aufpassen. Und ein weiterer Kommentar ist von Mejia. Mejia sagt, danke für all deine wertvollen Informationen. Es ist wirklich so offensichtlich, was hier vor sich geht. Die haben hier inzwischen schon nahezu einen festen Zeitplan für die Sprühaktion. Ja, auf jeden Fall. Also ist jetzt unser Kommentar. Auf jeden Fall. Das Ganze ist eine Agenda. Und diese folgt einem Plan. Das heißt, da sind Menschen, die Geld dafür bekommen, dass sie Briefings machen, dann in ihre Maschinen einsteigen und so weiter und so fort. Teilweise Linienflugzeuge. Wie auch immer. Es steckt auf jeden Fall ein Plan hinter. Und weil ein Plan hinter steckt, weil es künstlich ist, von Menschen gemacht. Ein menschengemachter Klimawandel hat das ganze Muster. Und diese Muster kann man erkennen. Diese Muster kann man herausfinden und dann dementsprechende Aktionen auf die Beine stellen. Der Kommentar sagt weiter. Montag bis Freitag ab circa 9 Uhr. Bis auf vereinzelte Ausnahmen. Also genau in diesem Moment passiert es, was sie nicht verstanden haben, also was diese Menschen oder diese Institution oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, was sie nicht verstanden haben ist, dass die Natur einen Geist hat und das Universum eine Moral. Diejenigen zerstören sich also selbst in diesem Moment. Ich meine nicht zwingend auf materieller Ebene. Die Sache geht viel tiefer. Und das ist im Prinzip auch ein ganz, ganz wichtiger Kommentar, dass das, was hier stattfindet, das, was hier passiert, nicht nur auf materieller Ebene ist. Das ist ein spiritueller Krieg, der hier läuft gegen unser Bewusstsein. Es findet Seelenraub statt teilweise, welches noch in andere Industrien reingeht. Also nicht nur über Chemtrails, sondern speziell über eine Industrie, über die ich jetzt gerade nicht reden möchte. Ihr wisst, welche Industrie ich meine, die jetzt gerade aktuell ist. Das Ganze ist vergleichbar mit Seelenraub. Denn im Endeffekt geht es um das Bewusstsein. Es geht um das planetare Bewusstsein, um diesen Planeten, um uns, um die Bewusstmachung der Dinge, um das Aufwachen. Die Natur hat einen Geist. Das Universum hat eine Seele im Prinzip. Das ist ein ziemlich komplexes Thema, aber darum geht es. Also es hört nicht bei diesem materiellen Gesprühe auf, denn man kommt ziemlich schnell an seine Denkkapazitäten, an seine Grenzen vom Verstand, wenn man anfängt zu überlegen, warum so etwas gemacht wird, warum diese gruseligen Dinge passieren, warum einfach gewisse Aktionen gemacht werden. Das ist mit dem Verstand fast nicht greifbar. Also dafür darf man wirklich an seinem Bewusstsein arbeiten und etwas tieferes Verständnis der Dinge erlangen, welches eben über die materielle Ebene hinausgeht. Und zu guter Letzt der Kommentar von Mücke. Es ist wirklich schön, dass es den Wetteradler gibt und auch einer, wo sich nicht den Mund verbieten lässt, darüber zu berichten, was im Moment über uns und um uns passiert. Wettermanipulation durch Sprühen, Skalarwellen. Danke, dass ihr alle warnt und aufklärend tut. Ich sage, dass schon viele Jahre das alles manipuliert wird. Der aktuelle Klimawahn ist definitiv menschengemacht. Mit dieser Wettermanipulation und Skalarwellen und weiteren Chemiekeulen wird unser gesunder Klimawandel, der wichtig ist, zerstört. Die Erde wird sich demnächst rächen. Die Erde ist nicht dumm. Sie hat das selbst bemerkt, dass hier jemand reinpfuscht. Dem ist auch nicht mehr viel hinzuzufügen, denn die Erde hat ein Bewusstsein. Die Erde hat Energieknotenpunkte. Die Erde hat Leylines, wo diese Energiebahnen verlangt verlaufen. Jeder, der ein Stück weit mit Energiegeräten arbeitet oder sich auch generell mit Lichtarbeit beschäftigt, der Natur zu helfen, der wird es früher oder später spüren, dass hier ein bisschen höhere Kräfte auch am Werken sind, die ihr dann quasi anzapft. Wenn ihr etwas macht, was fürs Allgemeinwohl ist, dann stehen euch Energien zur Verfügung, die ein bisschen größer sind. Ich sage mal so, Hollywood zeigt ja alles und Star Wars ist nicht weit hergeholt. Die Menschen, die Star Wars kennen unter euch, da gibt es ja auch diese Macht, die man entweder fürs Gute oder fürs Dunkle nutzen kann. Aber im Endeffekt ist die Lichtmacht, also wenn man es fürs Gute nutzt, um einiges stärker. Und was den Mund verbieten angeht, schauen wir mal, würde ich mal sagen. Schauen wir mal. Also hier sind, wie gesagt, mehrere Kräfte am Machen. Und es sind Kräfte, die gegen uns wirken, natürlich, ist ja klar. Und Kräfte, die für uns wirken. Und da findet viel auf spiritueller Ebene statt. Und auch eure Energien, die ihr uns zukommen lasst, die schützen uns zum gewissen Grad. Das ist auch wichtig, weil eben auch die andere Seite dementsprechend gegenfeuert. Und das spürt man eben. Das ist wie ein Pendel. Also je mehr man sich einsetzt für das Wohl der Menschen und für die Aufklärung beziehungsweise Informationsverteilung und so weiter und so fort, also wahrhaftig, nicht irgendwelche Gatekeeper, sondern wirklich über das Eingemachte redet, umso mehr ist man selber beeinflusst durch... Hollywood zeigt es auch. Tut mir leid, dass ich diese Beispiele immer nehme. Aber es gibt diese Filme, wo Engelchen und Teufelchen auf den Schultern sitzen und beide bequatschen einfach links und rechts. Das heißt, je mehr man sich dem Licht zuwendet, umso lauter versucht, die Dunkelheit auch einen zu beeinflussen, um dich wieder zurückzuziehen und notfalls versuchen zu bestrafen. Und dann geht es eben darum, das schaukelt sich halt hoch bis auf Ebenen, wo man selber aus dem Materiellen nicht mehr viel machen kann, sondern da auch gewisse Aufgaben auslagert auf eine höhere Ebene, die dann quasi über einen wacht. Genau, vielen Dank auf jeden Fall für die Regelteilnahme und diese verschiedenen Kommentare. Es ist sehr interessant. Dann geht es mal weiter. Darum geht es ja eigentlich in diesem Video, um das Erraten, das Schätzen des Gewichtes von dem Cam Buster, dem größeren Cam Buster. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz auf die Maximalgewichtsschätzung eingehen und die Minimalgewichtsschätzung. Das einfach fand ich sehr spannend, das zu sehen. Also die Minimalgewichtsschätzung, Gewichtsschätzung von euch, belief sich auf 575 Gramm. Ich denke mal, da ist ein Fehler unterlaufen, weil vielleicht gedacht wurde, dass der Kleine geschätzt werden darf. Allerdings war das nicht im Sinn und Zweck der Sache, sondern es ging um den größeren Cam Buster. Und diese Maximalschätzung von 90.000 Gramm, also wir sprechen hier von 90 Kilo, was schwerer ist als ich, ist dann sehr optimistisch. Also wäre sehr interessant, wenn man ein derartiges Energiegerät baut, was so ein Gewicht hat, was man dann auch nicht mehr wirklich transportieren kann. Dann braucht man eine gewisse Vorrichtung und so weiter. Aber eins ist auf jeden Fall klar, wenn ein 90 Kilo schwerer Cam Buster irgendwo steht, dann macht der schon was, würde ich mal behaupten. Genau, das war das Minimalgewicht und das Maximalgewicht, also 575 Gramm bis 90.000 Gramm. Und jetzt schauen wir uns denn doch mal an, was denn das tatsächliche Gewicht dieses Cam Busters ist. So, wir sind hier wieder in unserem kleinen gemütlichen See und genießen die Sonne, die hier frei gemacht wurde und schauen uns mal das Gewicht an von dem Cam Buster. Und dann wollen wir nochmal sehen, was das gute Stück wiegt. So, die Waage ist vorbereitet. Dann schauen wir mal, wer diese guten Stücke empfangen darf. Da sind nochmal die Gewinne. Wir haben den Cam Buster To Go mit dem Symbol Metatron. Wir haben die Skalarpyramide Äther mit dem Symbol Metatron. Und wir haben einen Skalato Go M für die Tasche für unterwegs. Im Prinzip sind die alle für die unterwegs, weil sind ja alle ziemlich klein. Kann man praktisch auch mit ins Hotel nehmen zum Beispiel für Nachttisch oder sowas. Oder den kann man gut mit ans Wasser nehmen, so wie wir jetzt gerade sind. Und dann schauen wir mal, was der Große so auf die Waage bringt. Dazu versuche ich es mal mit einer Hand. So, Blick auf die Waage. Und wir sind bei 6.722 Gramm. Das Ganze wackelt jetzt nicht mehr. 6,722 Kilo. Und dann schauen wir mal, wer von euch da der Gewinner ist. Die drei Gewinner, weil wir haben ja drei Gewinne. Und wer von euch am dichtesten dran liegt. Unsere Gewinnerin ist Steffi L. Sie hat geschätzt 6.730 Gramm. Damit ist Steffi nur 8 Gramm über dem tatsächlichen Gewicht. Das ist schon sehr, sehr cool. Und ihr Kommentar lautet, klasse Kanal. Bitte macht unbedingt weiter so. Danke. Danke für deine Teilnahme, Steffi. Du kannst uns gerne eine E-Mail schreiben. Innerhalb einer Woche würden wir die E-Mail gerne sehen. Und dann kannst du dir ein Gerät aussuchen. Den Cam Buster To Go, die Skalar Pyramide Eta 10 cm oder den Skalar To Go M. Und jetzt haben wir aber auch noch zwei weitere Gewinner. 6.734 Gramm hat Rainer Gerz geschätzt und ist damit zweiter Gewinner. Und den dritten Platz teilen sich Tarinera 2012 mit 6.735 Gramm und Jürgen Stutz mit 6.735 Gramm ebenso. So, das ist ein Problem, denn wir haben nur drei Gewinne. Und dann werden wir jetzt einfach mal ganz klassisch würfeln, wer von euch beiden dann den dritten Platz belegen wird. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch schon mal an die Steffi, an den Rainer. Ihr könnt euch gerne bei uns melden. Wie gesagt, info at wetteradler.de. Die Steffi als erste Gewinnerin darf sich natürlich den Gewinn aussuchen. Und angenommen, der Rainer schreibt jetzt früher, dann darf Rainer sich noch ein bisschen gedulden, bis die Steffi geschrieben hat. Eine Woche Zeit gibt es für das Ganze, ansonsten bekommt der Rainer die freie Wahl. Und wenn die Steffi sich dann etwas ausgesucht hat, was sie gerne hätte, dann darf der Rainer sich von den beiden übrigen Geräten eins aussuchen. Und wer dann das letzte Gerät bekommt, das entscheidet der Würfel. So, hier befinden wir uns jetzt auf dem Spielfeld um den dritten Platz sozusagen. Das Ganze ist ein klassischer Würfel. Der ist auch nicht magnetisch oder getürkt oder sonst was. Das ist ein ganz normaler Würfel. Und ja, jetzt schauen wir mal, wer den dritten Platz belegen darf. Dazu würde ich sagen, ist die Tarinera 2012 die Zahl 1, 2 und 3. Also 1 bis 3 ist Tarinera. Und der Jürgen würde dann 4, 5 und 6 bedeuten. Das heißt, fällt die 5, kriegt es der Jürgen. Fällt die 2, kriegt es die Tarinera und so weiter. Na, 50, 50. Und dann würde ich sagen, dann würfeln wir mal. Das sieht mir sehr stark nach dem Jürgen aus. Tut mir leid, Tarinera. Das ist echt mies, ich weiß. Aber das ist ein Spiel. Und vielen Dank auf jeden Fall für die Teilnahme. Und lieber Jürgen, du kannst uns gerne eine E-Mail schicken. Und innerhalb einer Woche bitte. Ansonsten verfällt das Ganze. Und ich bedanke mich bei allen Teilnehmern. Bei 455 Menschen waren das, glaube ich. Es war super schön, eure Kommentare zu lesen, das Feedback zu bekommen. Vielen Dank für die Teilnahme und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende.